Ich teste heute mal wieder eine der klassischen Karpfenstellen. Neue Woche, neues Glück. Probieren wir mal aus, was hier an dem altbekannten Spot funktioniert. Und ich habe einfach mal alles komplett auf eine Karte gesetzt. Auf Muschel. Also raus damit das Ganze. Und einfach mal testen, was denn jetzt hier geht. Ich bin jetzt hier auf 15 Meter Entfernung. Und ja, bin sehr gespannt, ob das hier läuft. Hat gerade schon verschiedene andere Spots getestet. Und bin jetzt hier am dritten Spot, den ich ausprobiere. Und da gehen die ersten Brocken jetzt auch schon rein. Gerade auch schon in Arland dabei gewesen. Jetzt in der Nacht war natürlich wieder ein bisschen Flaute. Und jetzt in den Morgenstunden kann es dann gerne losgehen. Hier ganz klassisch wieder an einer der bekanntesten Stellen. 132, 147. Eigentlich die Stelle, die immer mal wieder gut funktioniert. Gerade auch, wenn man mit, ja oder auf kurzer Distanz eigentlich angeln will. So, ich sage mal, alles so zwischen 6 Meter und 15 Meter. Vielleicht sogar bis 25 Meter weit raus. In dem Fall jetzt heute mal hier auf 15 Meter angefangen. Wenn das da auf einmal weniger wird oder wenn es da nicht mehr so gut läuft, gehe ich dann runter auf 10 Meter oder auf 9 Meter so um den Dreh. Und dann wird da weiter getestet. So, Futter-Mische habe ich schon drin. Habe ich diesmal mit der Rakete ausgebracht hier auf 15 Meter. Also einfach so wie die Futter-Mische hier ist. Die dann quasi raus mit der Rakete. Es ist jetzt hier die Spomp Rocket. 10 Portionen sozusagen mit einer Mische. Und hier natürlich auch wichtig, dass wir diese Raketenform haben. Denn ich habe hier relativ große Partikel auch noch mit drin. Das Ganze, wie gesagt, hier auf 15 Meter. Zack, absinken lassen so ein bisschen. Und dann wieder reinholen das Ganze. Reicht. Und dann haben wir jetzt hier eigentlich auch ausreichend Futter-Mische am Spot. Da muss jetzt gar nicht noch mehr rein. In die Futter-Mische können wir natürlich noch mal eben kurz reingucken. Dass wir die so ein bisschen im Detail haben. Also ganz normal jetzt hier, wie gesagt, das Trockenfutter hergestellt. Dieses, was dann eben in die Futter-Rakete reinpasst. Gemahlene Erbse als Basis. Und dann habe ich hier so ein bisschen muschelige Sachen drin. Muschel einmal als Feed-Pellets. Und dann auch noch mal geschreddert. Also Soluble-Muschel- oder Krabbe-Muschel-Auflösend. Und das wirkt dann natürlich noch mal so ein bisschen mehr oder auflösender. Bringt also noch mal so einen kleinen Boost. Dieses Soluble. Einfach nur eine Mais-Basis wieder mit reingenommen. Knoblauch-Feed-Pellets habe ich noch mal mit reingenommen. Und das Ganze mit Muschelsoße dann abgeschmeckt. Zack, raus damit. Dann haben wir hier eine schöne muschelig-knoblauchige Futter-Mische. Und dementsprechend sehen dann natürlich auch hier die Köder aus. Gucken wir mal eben rein. Ich bin relativ klein erstmal unterwegs für den Anfang. Daher auch die etwas kleineren Karpfen. Erstmal nur um den Spot zu testen, ob die Aromen dran gehen. Also hier jetzt gerade nur 16er Boilies von der Größe. Und einfach nur Maiskorn. Man könnte natürlich noch kleiner reingehen und nur mit dem Maiskorn testen. Das war mir jetzt allerdings dann auch zu wenig, zu klein. Aber wenn man einfach nur Aromen testen möchte, gerade Anfang der Woche, wenn man sich überlegt, ja Mensch, meine alten Köder funktionieren vielleicht gerade nicht mehr. Ich teste mal was Neues. Dann vielleicht einfach nur mit Maiskorn verschiedenste Aromen. Und dann natürlich auch ohne Futter-Mische. Und erstmal nur Aromen testen, was wo gerade zufällig funktioniert. Und dementsprechend dann im Nachhinein das Ganze weiter ausbauen. Ja, jetzt im Großen und Ganzen. Ich mache mal ein bisschen lauter. Dann hört man auch hier die Bremse und alles. Im Großen und Ganzen bin ich schon so jetzt ganz zufrieden. Einige Gerahmte waren auch mit dabei. Immer mal wieder. Also durchaus eine Möglichkeit hier vielleicht gezielter noch auf den Gerahmten zu angeln. Der Gerahmte Spiegelkarpfen. Ja, durchaus eine Option. Lohnt sich ja auch kohlemäßig. Und ja, so sehen halt die gesamten Setups aus. Also immer in der Kombi. Einmal habe ich noch einen anderen Mais drauf. Aber dieser Muschelmais ist quasi ja nochmal das Topping sozusagen. Im Großen und Ganzen macht glaube ich nicht so den Riesenunterschied. Habe ich bisher zumindest noch nicht festgestellt jetzt gerade. Ob Muschelgrün oder Normalmuschel klappt gerade beides. Na guck, und das ist der nächste Gerahmte. Tatsächlich. Also die scheinen hier gerade ganz gut auf Muschel anzuspringen. Gerahmte Spiegelkarpfen. Nicht schlecht. Und direkt wieder raus damit. Ja, auf 15 Meter läuft. Ja, wie gerade schon gesagt. Später dann, wenn das hier dann weniger wird, wechsle ich wahrscheinlich so auf 9 Meter. 9 Meter ist so der Klassiker. Dass ich dann da auch nochmal wieder neu anfütter. Wir haben ja beim Auswerfen den Radius von 2,5 Meter. Das heißt also, wir haben so im Durchschnitt dann 5 Meter Radius, der dann da wirkt. Also wenn wir jetzt hier auf 15 Meter reinwerfen, könnten wir theoretisch auch schon wieder auf 10 Meter oder sowas locker den nächsten Spot wählen. Oder dann irgendwie auf 6 Meter dann nochmal wieder. Also 3 Spots so in der Tiefe. Einmal weiter raus, wieder ein bisschen näher ran, nochmal ein bisschen näher ran. Und dann hat man eigentlich hier an einer Stelle 3 mögliche Spots in der Tiefe. Muss gar nicht weglaufen und kann dann hier durchziehen und testen. Wenn die anderen Spots natürlich funktionieren. Einfach so zum Testen lohnt sich die Stelle eigentlich auch immer. Gerade wie gesagt, wie gerade eben schon gesagt, einfach nur mit dem Maiskorn einfach ausprobieren. Läuft in der Regel auch. Ja, ich bin schon ganz zufrieden. Frequenz ist okay. Jetzt überlege ich, ob ich gleich eine Route nochmal ein bisschen dicker ausrüste. Bedeutet dann, von der Hakengröße bleibe ich erstmal bei einem 1er Haken. Nehme aber dann vielleicht schon mal 20er Boily mit rein. Und vielleicht mache ich einmal sogar Doppelboily. Doppelboily, also einen richtig schön großen, eine richtig schön große Kombi. Guck mal hier, der nächste Gerahmte. Ja, gerahmter Spiegelkarven. Läuft hier, nicht schlecht. Da kann man nochmal gezielt auf die Gerahmten gehen. Mit Muschel und Knoblauch. Und da zuppelt auch direkt der nächste. Perfekt. Kann gerne so weitergehen. Jawohl, auch nochmal ein bisschen mehr Gewicht. Ja, wenn es hier natürlich noch ein bisschen was Seltenes reingeht, das wäre natürlich dann auch perfekt. Warum auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es mir immer wichtig, dass ich beim Karpfenangeln ein bisschen Frequenz habe. Dass es nicht so langweilig ist und dass man hier dann 10 Minuten steht und nichts passiert. Und dann irgendwann rasselt mal ein großer rein. Lieber hier so schön konstant innerhalb von einer Minute. Zack, 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 zack. Vier Stück, fünf Stück. Das ist halt richtig gut. Dann macht man auch Kohle. Dann macht man auch gut Prozente, wenn man sie noch braucht. Und ja, dann ist vor allem einfach ein bisschen Action da. Apropos Action. Ich glaube, meine Lampe verabschiedet sich. Alter, Fall da. Das Ding flackert ja gerade. Gleich explodiert die. Ich würde sagen, Petri lümmelt es, solange das Ding noch am Leben bleibt. Jetzt hat sie sich gefangen. Alter, die Scheinwerfer geben den Geist auf. Haut rein. Testet den Spot. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin, Petri. 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 Bis zum nächsten Mal.